Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Part von Disney's MeStorm. Wie kriegen wir was seltenes? Muckli, Muckli, Muckli. Oh. Ist es Muckli geworden? Ja, es ist Muckli geworden. Müssen wir auch mal irgendwann aufleveln. Ohne ein Skru mitfliegt. Oder altes. Seine Nase ist verstopft. Gut, ein neues Kapitel ist draußen. Das 6e Kapitel. Würde ich sagen, ja, starten wir gleich rein. 28 müssen wir sein. Der wäre 28. Wir nehmen aber unseren hochgelevelten. Mit dem wir auch besser zurechtkommen. Sagt er, er verliert die Runde. Äh, gewinnendes Rennen. Easy. Oh, man wird es eingefahren. Oh, wir sind doch dum. Oh, wir sind doch dum. ... ... Oh man, ich schreibe mal. Ich muss mich erst wieder an ihn gewöhnen. Ich bin jetzt so lange nicht gefahren. Ich hoffe, die Musik ist nicht laut genug. Ziemlich laut genug. Das ist ein Typ hier, Julian. Und da haben wir den Lief. Ist natürlich unfair, wenn man jetzt schon aus der letzten Saison so ein hochgeleveln hat, aber eigentlich was das so machen. Oh, wir kriegen vielleicht ein paar Schale. Ja, passt. Das ist schon mal gut. Äh... Achso, wir müssen ihn hier fahren. Aladin! Jawoll! Jawoll! Weil ihn haben wir auf 15 gelevelt. Jetzt ihn haben wir auf 28. Aber ihn verbessere ich nicht, weil er ist komplett im Müll. Jasmin! Geil! Oh, der ist grün. Kermit, der Frosch. Ich wusste nicht, dass es zu Disney gehört. Ich sehe seine Straße. Ich war heute auf einem Sommerfest von der Firma. Wir waren auf dem Skistand und so. Tag geht's nicht ins Gefühl. Ja, ich freue mich. Just shot her Oh, but I was not the fault Ah, fucking god. Ja, das sechste Kapitel ist draußen, nur dass ihr Bescheid wisst, ich habe das Video wahrscheinlich ein bisschen später hoch, da wirst du schon draußen sein, oder schon Teil 2 der Season sein, oh ja. Wir lösen ihn noch gleich ein, würde ich sagen, aber nicht für irgendeinen komischen Tutor, was haben wir hier, können wir auch gleich mitnehmen, oh ja. Wollt ihr mich hier oder haben wir schon, oh, Verbesserung. Oh, er ist gut, wir streuen ihn noch und, oh. Gut, äh. Ich nehme die Wüten dabei, ihn falsch, hier finde ich komplett scheiße. Oh. Schade. Dann gehe ich noch mal kurz hier raus und, äh, genau, nein, ich kann es auch gleich machen. Hier fehlt wie viel? 6 und 8 und hier, 6 und 8 und weil die Scheiße ist ein kurzer Fahrt, Leute. Ähm. Er ist schon besser, oder? Nee, hä? Er hat doch gerade eben bestimmt. Ja, nehme ich ihn. Ehe, der braucht man denn 29, oh mein Gott. Also, Höherwächeln nicht leveln. Ah, der wird sowieso verkacken, ey. Kommen wir erst und hoffentlich schaffen wir das Mach ich nur für euch Normalerweise hätte ich jetzt die Däden gespart Ja ist klar Fahr dagegen So wie es richtig ist Alter Ja Was ist los mit hier Da gibt es hier keine Gold Trophäe Äh Flachen Trophäe Ja Oh mein Gott Alter Ja dieser Charakter ist so scheiße Wieso haben sie den so kacke gemacht Das hab ich jetzt auch schon gesehen Das ist neu mit den Kugeln Das find ich echt cool Ja dieser Charakter ist so Wir holen sogar den ersten Am besten gegangen Ne Ne hauen wir nicht Wir holen ihn nicht Schade Ist mir aber egal ich hasse diesen Kugeln Oh mein Gott haben wir es noch geschafft Oh schade Ist mir aber egal ich hasse diesen Charakter Also nicht den Den Charakter Sondern die Eigenschaften des Charakters Und hier hasse ich auch beleidigen Okay Äh Die Fähigkeiten die er von Disney Äh Disney Streetstorm Gewonnen hat Die mag ich nicht so Oh ja So Vorletzte Rennen wahrscheinlich Aber ich denk Hier oben werden kann ich vergessen Half Reich Das ist sehr gut Das ist sehr gut Das ist sehr gut Dankeschön Spiel Wir hören doch wieder Aladin Das wäre gut Das wäre gut Nein, Mann. Oh Ah, hab ich gesehen. Ich kann noch mal kurz nachgucken, welcher Part das ist. Oh, Goldpass. Ich will dich einfordern, ja. Alter, wie haben wir jetzt von ihm bekommen? Ja, aber das kommt ja so eigentlich nicht zu, dass wir hier noch mal Grades bekommen. Was kriegen wir hier für? Oh, das ist gut. Oh, bei Level Up für Clown. So, jetzt haben wir zwei Möglichkeiten und dann noch ein Finale. Und dann kriegen wir hier oben das hier. Okay. Äh. Und Stitch. Mickey Mouse. Oh, Scheiße. Ich glaub, Patch hat das jetzt schon. I hope this vehicle is big enough. Ich hab auch keine Scherben mehr, um mich zu verbessern. Du, Lilla und Stitch, oder? Komm, machen wir den hier. Okay. Ja, versuchen wir's einfach. Wenn nicht, ist der Part schnell vorbei. Dann weißt du's, was der Part. Ich weiß ja, er mögt die kurzen Parts. Ich weiß ja, er mögt die kurzen Parts. Er ist, er springt viel zu schwach. Ich hab keine Schlauch. Ich hasse diesen Charakter. Ja, er ist auch noch mit gegen Asmin, Alter. Oh, mein Gott. Jos. T Chin. Ich hab generell mal gemel Jesus. Geiger. Keinen. Einfach nur können! Nein, sag ich einfach nicht. Er ist mir halt, dass ich gewa- Ah ja, ich war auf Level 23, Alter. Geil, jetzt kommt das Finale, aber davon machen wir noch hier. Ja. Ja, das ist schwer. Ja, das ist schwer. Schade. Schade. Ja. Woa. Je tatsächlich steiner's voll, Alter, das war nicht durch, weil das wusste ich nicht. Alter, das war nicht. Alter, das war nicht. Alter, das war nicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ein Stern, der deinen Armen trägt, alle Zeiten überlebt. Alles klar, wir versuchen es, aber ich kann nichts garantieren, vor allem auf der Map. Da finde ich, ist er echt sehr schwach. Das war nicht. Was ist das? Das war nicht. 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 gut ich bin einfach gut weißt du gewinnen einfach mit einem so niedrigen da war es jetzt zu mir so viel jetzt sehe ich das der ahm wünschen jetzt kriege ich gar eine belohnung und sie noch mal ich bin zu kaufen muss eben noch mal und nein ich möchte nicht kaufen ja fliegt mir das hier gut Gut, fahren wir noch einmal mit Jasmin, oder? Hä? Oh, wir können noch was einfordern, das ist cool. Ist eigentlich hier hinten, oder? Ja, oh ja. Oh, es fehlen noch vier. Sehr cool. Gut, dann... Spezialveranstaltung. Was haben wir da? Ja, oh, das ist okay. Ja, komm, das ist mir auf jeden Fall jetzt nicht. Ich brauche jetzt zehn, ach du Kacke. Okay, ja, gleiche Bedingungen. Ich brauche jetzt zehn Stück, Alter. Oh, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, ich werde gewinnen. Ich frage mich, ob das Kacke schneller geht. Oh, ja, natürlich. Oh, ja, natürlich. Oh, ja. Oh, ja, natürlich. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Oh man Immer ein Gefühl, was ist das? Oh man, das war das knapp Ich wollte euch nur zeigen, wie meine Attacke Wer noch trifft, hätte ich jetzt nicht vertagt, hätte ich es euch nicht zeigen können Gut, dann würde ich sagen, war das noch ein schöner Abschluss für den Part Gucken nochmal, ob wir noch irgendwo anders da was bekommen können An Farabouf und werfen Ah, ja Ah, das ist ja Nee Ah, das ist ja Oh Boah Da können wir uns holen, jetzt ist der Spiel, ihr werdet vorbei, kann das sein, oder? Ja Gut, ich bin mit 1, hab Fan, Tschüssikowski Ich würde vielleicht später oder so, morgen oder so die Sachen hier machen Aber dann nehme ich euch nicht mit Tschüssikowski